Okay, lasst uns reingehen. Mal gucken, was hier so geht, Alter. Ah, ich kenne das Safe. Also ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich kenne das Safe, Digga. Ich war da schon heftig unterwegs, was Julien betrifft. Obwohl ich schon eher zu den Älteren gehörte wahrscheinlich, weil die Zuschauer waren ja schon recht jung. Aber ich bin sowieso ein bisschen entwicklungsverzögert, müsst ihr euch vorstellen. Von dem her passt es. Guck auf den Schminkkoffer. Er ist immer frisch poliert. Guck auf den Schminkkoffer. Gibt es nix zu diskutieren. Guck auf den Schminkkoffer. Sündhaft eure Pinsel setze. Trägt das Bude auf und gibt euch den geschminkten Rap. Der Boss hat Gucci-Fingernäge... Okay, ja, ist eine Parodie, aber es wirkt auch so. Das Problem ist, dass die Songs aus der Zeit alle wirken wie so eine Parodie durch diesen Stimmeinsatz. Trägt das Bude auf und gibt euch den geschminkten Rap. Der Boss hat Gucci-Fingernägel, die mit Klunkern besetzen. Kid, der hat nix für euch übrig außer Tuschkastenriss. Es ist der Schmink-Boss. Ja, das wirkt halt am geilsten, wenn du den Original-Tong nochmal hörst und die ganzen Anspielungen peilst. Der hat nix für euch übrig außer Tuschkastenriss. Es ist der Schmink-Boss. 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 Damals ging er raus, um Heroin und Gras zu verdicken. Mit renommierten Star-Visagisten, Digga. Unter den Gamern sitzen Stoff. Mit der Ray-Ban-Brille-Poss. Killed der Korps. Liefert Chip von Yardim Mabel in New York. Aber man merkt auch teilweise den Sunny-Flow, ne? Vor allem in diesem... Wenn er so einzelne Reime nochmal zwischenpackt. Mit diesem... Mit der Ray-Ban-Brille-Poss. Killed der Korps. Killed der Korps. Dieser vorgezogene Reim. Dieser einzelne... Digga, ich fühle mich wie Jiggy gerade. Warum erzähle ich euch das, Alter? Dafür habt ihr auch Jiggy. Ich hab, glaube ich, meine Rolle hier irgendwie verloren. Ich bin noch nicht dafür da, dass ich euch die Reime erzähle, Digga. Ihr sollt ein bisschen lachen. Fertig. Aber es ist schon sehr gut gereimt, ja. Digga, das ist wirklich krass gereimt. Also jetzt so rein die Reime. Es ist halt wieder dieser... Aber bei dem Song passt das auch, ne? Obwohl bei Analyse hat's auch gepasst. Es war halt für die Zeit, war's schon nice. Es hat halt einfach gepasst. Dieser Humor hat halt funktioniert. Und diese aufgesetzte Stimme hat zu dem Zeitpunkt sehr gut funktioniert. Ja. Aber es ist halt wirklich krass zu sehen, wie rund das Ganze war. Rein jetzt so timingtechnisch und vom Gesamteindruck. Wenn man jetzt von diesem aufgesetzten YouTube-Rap-Sound, was so diesen Stimmeinsatz betrifft, weggeht. Im Vergleich zu den Sachen, die dann viele, viele Jahre später kamen, ne? Weil das ja schon safe ist. Da sind ja jetzt, da sind ja keine Flow-Fehler oder so. Das ist ja, das ist ja stabil gerappt, Digga. Und dann mit kranken Reimen. Kling durch Großstadtstraßen, den von Oma auf Monatsraten, geholten, rosafarbenen Pens. Ey, Skimasten, Schusswaffen, Lidschatten, Duschkasten. Dealt in der Hood Rouge, wer vielfach den Umsatz. Goldene Schminkkoffersets. Nigga, Colin, der Boss kommt mit Gloss und der Schminkstoffer weg. Er betritt die Bühne immer nur mit frischem Make-up und er glänzt aber durchs Litter beim Hip-Hopper fest. Es ist so krass, Digga. Wie man sich voll vorstellen kann, wie Sunny das rappt einfach. Wann kam das raus? 2013. Da haben die schon geplant, mich zu f***en, oder was? Es ist so dreckig, Alter. Es ist so dreckig. Ich versteh die Leine nicht. Was? Der Kosmetiker tickt Kosmetika. Verkauft Schminke. Ja, aber wo ist da die Doppeldeutigkeit? Der Kosmetiker verkauft Kosmetik. Ich dachte, das Wort hat jetzt dreimal eine andere Bedeutung, weil das dreimal so, äh... Ach so. Ach, der Kosmetiker verkauft Kosmetika. Okay. Ja, ja, klar. Okay. Das ist so dieser Moment, in dem ich mich so maximal dumm fühle, Digga. Und was sagt das Letztes? Okay, und jetzt? Mit dieser geilen Betonung Kosmetika. Was ist da jetzt gemeint? Kosmetika? Also, wenn der Moment gekommen ist, an dem ich es nicht peile, trotz Chat, ist der Moment, an dem wir weitermachen. Peile ich wirklich nicht. Nice. Weißt du, was ich so krass finde? Weil ich kann mich jetzt, wo ich den höre, mich daran erinnern, wie krass ich das damals rein reimtechnisch fand. Ich find's immer noch krass reimtechnisch. Wie das geschrieben wurde, ist heftig. Ähm, aber es flasht nicht mehr so, wie mich früher Reime geflasht haben. Also, ich merke, ich bin immer noch ein Fan von technisch hochwertigen Texten und ich mag auch geile Reime, ne? Also, keine Ahnung, Alter, wenn man jetzt als Beispiel so ein Ente nimmt oder so, ne? Im JBB. Ich hab das ja immer noch gefeiert, auch in den Reactions. Aber ich merke, wie diese, äh, diese Magie ist nicht mehr die gleiche wie früher, ne? Ich glaub, da war man so richtig krank. Was heißt Mann? Aber ich so und viele andere auch auf so einem kranken Reim-Fetisch-Film und Nomenrein. So viele Reihen in die, in die Lines, wie, wie es nur geht, so. Ähm, das hat sich auf jeden Fall verändert. Bei mir zumindest. Guck auf den Schminkkoffer, er ist immer frisch poliert. Guck auf den Schminkkoffer, gibt es nix zu diskutieren. Guck auf den Schminkkoffer, sindhaft eure Pinsel-Sets, er trägt das Bude auf und gibt euch den geschminkten Rap. Also wenn man das jetzt so als Parodie sieht, ist das ne krasse Parodie. Also, oder? Also, das ist schon ne geile Parodie, Digga. Gut umgesetzt. Gucci-Fingernägel, die mit Klunkern besetzt sind. Kitter hat nix für euch übrig außer Duschkastenreste. Es ist der Schmink-Boss. 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 Er trägt die grobmaschigen, hochhackigen Schuhe von Prade. Passend zur großartigen, rotfarbigen Uhr von Gab. Der Schmink-Boss. Gangster-Rapper, Mann. Guck mal, wenn du jetzt davon ausgehst, das hat ein Sunny gerappt. 2013, einfach mal so. Einfach mal so, weißt du, so als Troll-Song. So, hier, mach mal. Mach mal deinen Schmink-Boss, Alter. Und danach, ein Jahr später oder im gleichen Jahr noch, zieht er sich ein Schwammkostüm an und denkt sich, ach, ich gucke mal da die paar süßen Rapper, die da so ein bisschen versuchen, gerade mal so ihre Karriere irgendwie zu starten. Digga, was für ein Move, Alter. Ach, Junge, Junge, Junge. Also, ich find's einfach heftig zu, ja, zu sehen, so auf welchem Level er war, ne, im Jahr 2013 und, äh, ja, so im Vergleich der anderen Teilnehmer, ne. Ich mein, es gab gute Rapper im JBB, so, keine Frage. Aber er war halt schon auf nem geisteskranken Level unterwegs einfach, ne. Die Frage ist aber eher, wieso kennt er sich so gut aus, Alter? Wieso kennt er sich so gut aus, Bro? Ich kenn die Hälfte der Sachen nicht mal, die er da sagt. Wat für Jade Foundation, Alter, was? Ich weiß ja nicht, Alter. Ich weiß ja nicht. Warte? Digga, das ist einfach krank. Jetzt, guck mal, weg davon, ob das so, ne, wie der Vibe ist und so, aber das ist halt einfach, Digga, da ist halt einfach ein Meister mit seinem Stift am Start gewesen, ne. Da war ein Meister an seinem Blog. Digga, dieser Flow alleine. Mit Trittemitten ausverteilt, so wie Jade Foundation. Sein allgerischer Stief, der droht mit Trittemitten ausgesicht. Und er sagt, ja, die Bitte, bitte hau mich nicht, denn ich habe meine dicken Lippen aufgespritzt. Der Held geht die Badematte, sperma weiß. Mutterficker, denn er kommt in deiner Limousine, steppt in deine Blüte, fand er dickt auf alles und macht deine Mitarbeiterin mit Nagellack entfernen, hi. Guck ihn an, du Bitch, er hat die Schminke auch an, Nütte. Du nur die Dicksauger, Aura wie ne Litauer, Nütte. Nimm den Eiblash, du Schlampe, und bring den Badboss zum Glitzern. Er macht den Tanktops und Chanel-Socken, die Catwalks und sicher ist den Talentschoß der... Was hat der Sunny da schon drauf gehabt, Mann? Ja, der rappt halt schon gefühlt sein Leben lang, ne. Ich glaube, der ist schon rappend aus der Mute geplumpst, Alter. Mit nem Mic in der Hand. Der kam schon mit nem Mic in der Hand, kam der auf die Welt geplumpst, Alter. Es ist halt krass zu sehen, ne, wenn du einfach nur diesen Text und diese Technik dahinter... Ist halt immer noch heftig. Auch wenn das Thema natürlich speziell ist. Läuft in Stilettos perfekt, während der Mierschel meine Koloss einen Schlepphoden leckt. Du nimmst Augenbrauen, Pinzetten und machst konsequent Zupftraining schön. Warum ist dann ihre Konsistenz vorschämlich? Er ist immer frisch poliert. Guck auf den Schminkkoffer, da gibt es nix so diskutiert. Guck auf den Schminkkoffer, sündhaft eure Pinsel setze. Trägt das Bude auf und gibt euch den geschminkten Rap. Der Boss hat Gucci-Fingernägel, die mit Klunkern... Aber ganz kurz, was war nochmal der Grund, dass dieser Song kam? War das schon die Beef-Situation? Oder war es, weil Sunny zu dem Zeitpunkt schon Beef hatte mit Kolle und dann hat sich Julian gedacht, okay Alter, dann gehen wir da drauf? Guck auf und gebt euch den geschminkten Rap. Der Boss hat Gucci-Fingernägel, die mit Klunkern besetzt. Im Kitter-Hartmix für euch übrig, außer Duschkastenreste. Es ist der Schmink, Boss Schmink. Boss Schmink. Boss Schmink. Ja, also so jetzt rein, wenn man so, ne? Rein so aus textlicher Sicht, Digger, ist das wirklich krankgeschrieben, Alter. Was für Reime, Alter. Ja, aber trotzdem merke ich, dass ich das ist ein anderer, dass ich früher wirklich so ein richtiger Reime-Fetischist war. Heute wäre mir das viel zu viel. Ich höre mir das gerne an. Ich kann das auch feiern so aus dieser Sicht eines Writers so, dass ich mir denke, boah, Alter, digga, kranke Reime gefunden und teilweise auch echt coole Binnenreime und so in Verbindung mit Flow und so. Aber trotzdem wäre mir das heute zu viel. Das würde ich heute nicht mehr konsumieren. Da hat sich die Zeit irgendwie verändert. Auch wenn ich immer noch technisch anspruchsvollen Rap mag. Keine Frage. Das ist schon sehr extrem. Aber krass.